Kniebeuge Knie beugt! Wir Menschen sind Narren. Sterbliche Eltern haben uns einst gezeugt. Sterbliche Wesen werden uns später verscharren. Schäbige Götter, wer seid ihr und wo? Warum lasst ihr uns nicht länger so menschlich verharren? Was ist denn Leben, ein ewiges zu sich nehmen und von sich geben? Schmach euch, ihr Götter, dass ihr uns so schlecht versorgt, dass ihr uns Geist und Würde und schöne Gestalt nur borgt. Eure Schöpfung ist Plunder, das Werk sodomitischer Nachtung. Ich blicke in tiefster Verachtung auf euch hinunter. Und redet mir nicht länger von Gnade und Milde. Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde. Wie ihr euch Göttern, wenn ihr uns trüben erweckt. Beine streckt! Ringelnatze! 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 Vielen Dank.